Der Gaius ist immer alles, aber wir gehen. In Tabel, da haben wir geschrieben. Es gibt keine Tabel, die sie mit ihnen zu tun haben. Sie sagen, wir haben uns auf dem Himmel, und sie nehmen sie weg alles für die jüdische Kinder. Im Gegenteil, da haben wir euch gesagt.